Der Traum aller Couch-Potatoes wird wahr. Ein Tischler und Erfinder aus Holland hat einen laufenden Holztisch entwickelt, der Bier und Snacks serviert. Seit 2008 tüftelt er eine Software für den perfekten Bewegungsablauf. Jetzt ist der zwölfbeinige Bier-Butler fertig. Komplett kabellos gesteuert über Batterie und Bluetooth bringt er Leben ins Wohnzimmer. Das Netz ist begeistert. Über eine Million Views und tausende positive Kommentare feiern das geniale Teil. Doch ein kleines Detail bleibt offen. Wie kommen die Snacks und Flaschen auf den Tisch? Vielleicht hat der Erfinder schon eine ähnliche Lösung parat. Irgendwo in der Nähe des Kühlschranks? Denn eins ist sicher, der Tisch kann sich leider noch nicht selbst beladen.